Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Just Cause 2, Part 31 von mir auf 94. Äh, ja, im letzten Part haben wir ja alles mögliche runtergerissen und jetzt geht's weiter. Wir haben hier Feindaktivität, bringt alle verfügbaren Einheiten. Aber die Regierungstruppen durchtrennen unsere Arterien und lassen uns ausbluten, indem sie unsere Handelswege zerstören. Sie müssen sich stoppen und ihre Bomben rechtzeitig entschärfen. Halten Sie die Roaches am Leben, mein Freund. Äh, Roaches, also Cockroaches können eh nicht so gut sterben. Da bin ich echt ne Pumpe. Ich meine, okay, 36 Schuss ist schon besser als 6, aber die möge ich immer noch nicht. Gut. Wollt ihr einen Rocket Jump machen? Da hängt einer rum. Wer hat noch Bock auf den Rocket Jump, hä? 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 Da hinten der. Da kommt mir doch schon einer blöd an. Halt die Klappe. So, direkt mal zielen und... Feuer! Verdammt! Was ist los? Äh, wartet aber noch einer. So, und einen für die Sonne. Die kommt wie gerufen. Zack, passt. Jump! Beginn der Auslieferungsroute, okay. Na toll, sonst habe ich keine Munition. Das ist natürlich gar nicht. Nicht klotzen! Sie sollen sie entschärfen! Das ist Scharfschütze. Eliminieren sie 50 Feinde mit Kopfschützen. Okay. So, und schon haben wir wieder Munition. Oh, wop, was? Von mit der Shotgun habe ich gerade den Erfolg Scharfschütze bekommen. Ah, puh! Noch wer? Nein, gut. Hoffentlich. Äh, eins, vier, eins, drei, vier. So, packen wir uns das nächste. Und gehen... Oh, das ist ja auf Zeit. Huch! Vielleicht hätte ich mich mal beeilen sollen. Naja. Kann man nichts machen. Wheelie! Wheelie! Warum macht der das denn nie? Ich glaube, der mag mich nicht. Ich nehme keine Anhalter mit. Boah, seid ihr... Blöd. Treffen können sie auch nicht. Das nennen die heutzutage. Damals, was weiß ich wann das spielt. Wie nennen die sich überhaupt? So. Äh. Was, 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 was? Ah, ich gehe um ihn rum. Niemand hat mich im Visier. Gleich hat keiner mehr im Visier. Hab ihn im Visier. Verdammt! Ich hoffe, mich abzulenken. Ah! Ah! Gute Arbeit, Scorpio. Sie haben die Hälfte der Bomben entschärft. Aber das reicht nicht. Ach, warum? Jetzt haben wir zumindest schon mal 50% wieder geholt. Und ja, dann... Ich meine, 50% ist immer noch besser als nichts. Sei froh mit dem, was du hast. Andere haben gar keine. Ach so, in wem schadet's mehr? Wenn wir der Armee noch ein paar Bomben klauen? Oder... Wenn ihr nichts mehr zu essen habt, hä? Denkt man nicht nur an euch. Fuck. Oh, fuck. Haltet mich das? Nein. Äh... Äh... Aber ich... Ich brauche unbedingt wieder Munition. Dankeschön! Ähm... Weil Waffen auf keinen Rückstoß... Na! Komm. Äh... Gut, weiter. Und zwar schnell. Eine Minute noch. Na, okay. So weit ist das ja nicht bis dahin. Ah, es könnte knapp werden. Wenn ich mal so überlege. Oh Gott, keine Ahnung. Hoffentlich wird's nicht allzu hart. Aber ich denk mal nicht, dass das Spiel leichter wird. Na ja, das sehen wir dann ja. Ansonsten, man kann's ja auch noch wieder versuchen. Na, geht hier mal alle weg, bitte. Ähm... Ha! Danke, Herr Doktor. Danke, Herr Doktor. Ich will's wieder frei fließen. Ich will's noch nicht. Ich will's noch nicht. Ich will's noch nicht. Na, ich hab kurz geguckt, ob da irgendwelche guten Waffen liegen. Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Was? Haben sie jetzt endlich mal bessere Soldaten, oder was? Aber irgendwie fernerhöht. So, markieren wir uns direkt mal das Nächste. Wir fahren ja schon einigermaßen richtig... Da. Ja, elf Kilometer geht ja noch. Oh, der will, dass ich umdrehe. Machen wir das einfach mal. Boah, bist du blöd. Warte, bei den... Liebkass gab's ja so'nen... Äh... Schießstand, wo sie immer... ...auf Ziele geschossen haben. Was normal bei nem Schießstand ist. Äh... Und da waren ja ganz viele Waffen. Das wär grad mal praktisch, da zu sein. So. Immer diese Leute mit nur einem Licht. Das ist so eklig. Okay, du hast zwei. Da, da ist schon wieder nur mit... ...wieder... ...einer mit einem. Und hier auch. Und... Alter. Ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwie sind die anziehend. Keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass die in Borderlands keine... ...nicht nur ein Licht haben. Das ist richtig nervig, wenn die einem entgegenkommen. Das, äh... ...verlangsamt einen ein bisschen. Na komm, fahren wir mal wieder hier. Das war natürlich jetzt Absicht, dass ich hier rüber gefahren bin. Das war nicht... ...das eine Licht, was mich angezogen hat. Na, die haben ja hinten auch nur ein Licht. Was soll denn das? Wollen wir mal hoffen, dass das nicht so... ...penetrant anziehend ist. Falsches. Geh mal deins. Geh mal deinen Supermofa-Hoppet-Dingsi. Hi, spielt. Oh ja, das geht ab. Na, jetzt wird's besser. Wir können uns ja immer noch ein besseres holen. Denn hier auf so einem Ding irgendwas zu wechseln... ...ist ja nicht besonders schwer. So, guck. Zeig ich euch. Ah, ja. Das ist doch auch schon mal viel schneller. Ich hoffe nur, mir kommt jetzt keiner entgegen. Ich weiß, dass die Dinger anziehend sind. Boah, bergab geht das schon richtig ab. So, hier sind wir jetzt zwei Rüstungsdinger. Jo, war sogar richtig. Mal, wie ich keinen Willi hinkriege. Das ist richtig doof. Komm, hier ein Bürgersteig. Steig. Ein CH. War ich gerade ein Wheelie? Oh, nö, jetzt aber. Gut, und wir haben einen Drogenabwurf eingesammelt für die Roaches. Endlich mal. Na ja, und hier sind noch mehr von den Windrädern. Einfach mal ein bisschen weiter fahren. Irgendwie kam es mir auch vor, als wäre ich die letzten zwei Minuten komplett leise gewesen. Ich weiß noch nicht warum. Und, was ist Autofahrt? 75 Kilometer mit dem Auto gefahren. Also, mit Landfahrzeugen. Es sind noch mehr als sechs Kilometer, die jetzt noch dazukommen. Denn, das sind ja nur die, äh, das ist ja nur die Luftlinie, die mir angezeigt wird. Und, ja. Oh, nö. Ich dachte gerade, da unten steht Vagina. Ne, ich muss hier gar nicht runter. Aber das soll mir mein altes Dings hier wieder geben. Hey, das hört sich doch mal schön an. Das hört sich schnell an. Oh, nö. Wir nehmen einfach das Bullen-Dings hier und fertig. Wir haben hier Feindaktivität. Schickt alle verfügbaren Einheiten. Ma, weil... Ach, seid ihr Asus. Macht doch nicht einfach so die Tour auf, mitten in der Fahrt. Der hätte jetzt schon fast einen Zivilisten getroffen. Können wir hinter mir weggehen? Das ist richtig nervig mit euch. Nervig mit CH. Guck, ich bräuchte mal ein Auto am liebsten. Na, ein Quad zählt nicht. So ein Tuk-Tuk-Dings-Dings-Ding zählt auch nicht. Warum hab ich jetzt schon so ein Hardcore-Bloody-Stream? Ey. Oh, das war geplant. Gib mir irgendwas. Irgendwas, wo ich geschützt bin. Bitte. Na, warum sind hier denn nur so Kack-Autos? Taxi. Taxi, komm her. Ja, genau. Mach mir ruhig die Fenster kaputt, du Assi. Geh weg. Ja, jetzt seid ihr alle schlau. Alter. Nein. Ah. Was ist das für ein Geräusch? Alter. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Ich mach mal kurz einen Cut. Boah, keine Ahnung, was das ist, aber es ist auf jeden Fall in der Aufnahme. Ah, okay. Das Auto ist kaputt. Ich denk zwar jetzt mal nicht, dass es da ran lag, aber okay. Oh, warte. Äh, runter. Nehme doch das da hinten. Nein, das Auto. Das Auto. So. Willforce Range X. So. Hoffentlich geht das jetzt auch mal ein bisschen ab und, äh, hilft mir hier wegzukommen. Ah, das sieht so aus. Viel besser als ein Motorrad. Na, aber es fehlt ein Reifen, das ist natürlich doof. Naja. Und trotzdem ist das ganz okay. Könnten uns natürlich auch wieder irgendwas kaufen, aber nö. Will ich nicht. Das war nun meine Abbiegehilfe gerade. Nein, Parkhilfe ist nochmal was anderes. Da fährt man einfach volle Wucht gegen eine Wand und steht. Ey. Mit Hilfe, warum ist denn das gerade so krass nach rechts gezogen? Genau. Das war verdammt knapp. Taxi. Ich mach gar nichts. Kriegst du ja bald wieder. Wenn du es findest. Falls. So, aber wir sehen uns im nächsten Part. Ich denke mir, so viel werde ich auch heute gar nicht mehr aufnehmen. Bis dann und ciao. Gut. Nichtsronicity.